Ausgangspunkt ist diesmal ein anderes Video auf YouTube, nämlich dieses hier. Hier werden verschiedene Übersetzungen des Lieds You'll Be In My Heart aus dem Disney-Film Tazan gegenübergestellt. Solche Multi-Language-Videos schaue ich mir sehr gerne an. Und auf YouTube gibt es da sehr viele zu Disney-Liedern. Die verschiedenen Versionen werden miteinander verglichen, teils das ganze Lied oder eben sogar nur eine Zeile daraus. Klar, die Lieder werden nur in einigermaßen häufig gesprochene Sprachen übersetzt. Trotzdem zeigen sie sehr schön die Vielfalt der Sprachen. Andererseits bemerkt man daran aber auch, wie sehr sich einige Sprachen gleichen. Denn natürlich sind manche enger miteinander verwandt als andere. Hier haben wir das Wort Herz in den meisten der im Video vorkommenden Sprachen. Nur manche musste ich weglassen, weil die Übersetzung freier war und das Wort für Herz nicht vorkommt. Wenn man sich die Wörter anschaut, stellt man bereits fest, dass sich manche ähneln. Sortieren wir das mal ein bisschen, denn tatsächlich gehören die meisten der im Video vorkommenden Sprachen zur einer Familie, nämlich zu den indogermanischen oder auch indoeuropäischen Sprachen. Mit über drei Milliarden SprecherInnen ist es die größte Sprachfamilie der Welt. Die weiteren Sprachfamilien fallen aus unserer westlichen Perspektive häufig unter den Tisch. Tja, so auch in diesem Video. Wir beschäftigen uns nun näher mit den indogermanischen Sprachen. Die bestehen aus verschiedenen Gruppen. Die drei größten Zweige sind die germanischen, die romanischen und die slawischen Sprachen. Man sieht hier den Unterschied im Anlaut. Das griechische steht hier für sich, bildet sozusagen einen eigenen Zweig. Ebenfalls noch dazu gehören aber auch die indoiranischen, die baltischen und die keltischen Sprachen, sowie das albanische und das armenische. Der Begriff indogermanisch steckt also nicht nur die indischen und germanischen Sprachen ab, wie man vielleicht zuerst meinen könnte. Deshalb wird er häufig kritisiert, er räumt vor allem dem germanischen eine übergeordnete Stellung ein, die es gar nicht hat. Ursprünglich war damit gemeint, dass sich die Sprachfamilie geografisch vom indischen im Osten bis zum Westen ausdehnte, bis zum isländischen, das zu den germanischen Sprachen zählt. Trotzdem wird häufig alternativ von indoeuropäischen Sprachen gesprochen. Das ist auch international der geläufigere Ausdruck. Wobei man hier auch einwenden könnte, dass die jeweiligen Sprachen auch über Europa hinausgesprochen werden. Gerade in Amerika, wo ein großer Teil der drei Milliarden SprecherInnen lebt, wie man hier an den gelben Markierungen sieht. Solche Karten sind aber immer ein bisschen problematisch, weil sie grobschlechtig sind und Mehrsprachigkeit und Minderheitensprachen nicht abgebildet werden. Das indogermanische oder eben indoeuropäische ist also die Vorgängersprache vieler moderner Sprachen. Es ist eine Ursprache, die ganz grob 3000 v. Chr. gesprochen wurde. Ursprache heißt übrigens nicht, dass das irgendwelche Uga-Uga-Laute waren. Es war eine komplexe, vollständig ausgebaute Sprache. Von der wir aber keine schriftlichen Zeugnisse haben. Sie kann nur rekonstruiert werden. Wie funktioniert sowas aber, ohne dass es in wilde Spekulation ausartet? Mit der historisch vergleichenden oder auch komparativen Methode. Also mit Sprachvergleich. Wir haben verschiedene Formen in überlieferten Sprachen und können daraus eine Hypothese bilden, wie die Form in der Protosprache gelautet hat. Wir können also verschiedene Wörter oder auch Laute gegenüberstellen und dann auf die ursprüngliche Form schließen. Das ist aber methodisch oft schwierig, weshalb es wichtig ist, solche rekonstruierten Formen als solche zu kennzeichnen. Dies wird stets mit einem Sternchen gemacht, einem Asterisk. Es ist methodisch deshalb nicht leicht, weil man aus Übereinstimmungen zwischen zwei Sprachen nicht notwendigerweise auf ein Verwandtschaftsverhältnis schließen kann. Es kann genauso gut sein, dass die jeweilige Form von der einen Sprache in die andere entlehnt wurde. Gehen wir nochmal zurück zur Übersicht aller Sprachen. Das Indonesische ist keine indoeuropäische, sondern eine austronesische Sprache. Das Wort für Herz ist aber den germanischen Sprachen sehr ähnlich. Ich kenne mich damit nicht aus, könnte mir aber gut vorstellen, dass das Wort aus dem Englischen oder Niederländischen entlehnt wurde. Man darf also nicht vergessen, dass es immer auch Kontakt zwischen den Sprachen gibt. Zum anderen kann eine Gleichheit aber auch schlicht Zufall sein. Das türkische Wort für Herz ist hier Kalb, hat also genau wie die romanischen Sprachen ein K im Anlaut. Hier kann man von einem Zufall ausgehen. Und auch semantische Prozesse können eine Rolle spielen. Das Rumänische hatte ich deshalb nicht aufgeführt, weil sich für das Herz ein anderes Lexem durchgesetzt hat. So kann man hier nicht erkennen, dass das Rumänische zu den romanischen Sprachen zählt. Von nur einem Wort auf eine Verwandtschaft zu schließen ist also nicht seriös. Man muss den gesamten Wortschatz beachten. Und auch das ist natürlich nicht das einzige Kriterium. Auch die Morphologie oder die Syntax etwa spielen eine Rolle. Und natürlich ist es so, dass alle Sprachen auch noch weitere Entwicklungen durchlaufen haben. Das sieht man auch innerhalb der indoeuropäischen Sprachen. Hier haben wir die rekonstruierte Form von Herz im indoeuropäischen. Was den Anlaut betrifft, blieben die romanischen Sprachen beim K. Hier hat sich also nichts verändert. Genau wie beim Griechischen, hier haben wir das Wort Kardia. Das kennen wir im Deutschen durch Wörter wie Kardiologe. Die germanischen Sprachen haben aber zwischen etwa 1000 und 300 v. Chr. noch einen Prozess vollzogen, den man als erste Lautverschiebung bezeichnet. Oder eben auch als germanische Lautverschiebung. Darin ist eben unter anderem das K zum H geworden. Deshalb heißt es nicht, dir gehört mein Kertz oder you'll be in my cart, sondern Herz und Hart. Auf die erste Lautverschiebung gehe ich jetzt aber nicht weiter ein. Ich habe sie schon in einem anderen Video angesprochen. Schauen wir uns nun aber noch die germanischen Sprachen an. Denn auch hier kann man noch Unterscheidungen treffen. Typischerweise zwischen Nord-, West- und Ostgermanischen Sprachen. Die fünf Sprachen können wir so einsortieren. Es gibt aber noch weitere. Für die ostgermanischen Sprachen hatten wir aber gar keinen Vertreter im Video. Denn sie alle sind, wie zum Beispiel das Gotische, bereits ausgestorben. Bislang haben wir ja immer nur auf den anlautenden Konsonanten geschaut. Wenn wir aber auch den Rest betrachten, stellen wir fest, dass sich das Deutsche in einer Sache von den anderen unterscheidet. Die anderen Sprachen weisen allesamt ein T auf, wo im Deutschen ein Z steht. Dies ist die große Besonderheit des Deutschen. Es hat noch eine weitere Lautverschiebung durchgemacht. Die zweite oder auch althochdeutsche Lautverschiebung. Nochmal in der Übersicht. Die erste Lautverschiebung sorgte für die Ausgliederung der germanischen Sprachen von den restlichen indoeuropäischen Sprachen. Aus heutiger Sicht sieht man das, wenn man etwa das Deutsche und das Französische miteinander vergleicht. Die zweite Lautverschiebung führte schließlich zur Entstehung des Hochdeutschen. Das Niederdeutsche und auch die anderen germanischen Sprachen haben diese Lautverschiebung nicht mitgemacht. Eine Verschiebung, die Sie mitmachen könnten, Ihren Mauszeiger in Richtung Daumen hoch oder Abonnieren-Button. Wenn Sie dann auch noch klicken, dann haben Sie einen Platz in meinem Herzen, Hart, Sirze, Chör und so weiter. Vielen Dank.